Willkommen zurück zu Let's Play Grandia. Im letzten Part sind wir, ja, in Neupam gewesen an der Abenteurer Liga, haben aber festgestellt, dass der Typ, der da der Vorstehende ist, momentan ziemlich in den Arsch ist und uns nichts geben will und deswegen, ja, haben wir drauf gepfiffen. Ah ja, das wollte ich eigentlich machen. Man kann sich ausruhen oder man kann sich ausruhen mit Essen. Um dann eben hier diese Gespräche zu haben. Ich finde das Essen von Neupam nicht so lecker. Was meinst du, Justin? Ja, der Dampfer hatte nur Konserven. Ich bin nur froh, dass das Essen hier scharf ist. Ha, richtig. Manchmal hat uns der Käpt'n aber gutes frischgebackenes Brot gegeben. Frischgebackenes Brot? Huch, wieso habe ich denn nie welches gekriegt? Ich wusste nichts vom frischen Brot. Natürlich wusstest du es nicht, Justin, weil du zu lange geschlafen hast. Bist du aufgestanden bist, Justin, war das Brot schon kalt? Warum hast du mich dann nicht gewickt? Okay, mehr ist hier nicht. Ja, aber wenn ich dich bitten würde, mich zu wecken, müsste ich deinen Du-kannst-nichts-ohne-mich-Spruch hören. Wie auch immer, das ist Wasser unter der Brücke. Da können wir nichts tun. Ja, wenn man in so eine neue Städte geht, mache ich das gerne. Das würde ich einfach mal immer mit den Leuten quatsch. Aber dann kommt da was ganz Lustiges bei raus. Ähm, na verdammt. Ich glaube, ich gebe hier gerade mein ganzes Geld dafür aus. Ich möchte speichern. Danke. So. Gut. Dann gehen wir jetzt wieder zurück zur Merillestraße, wo wir ja beim letzten Mal schon waren. Wir haben nur ein Mana-Ei gefunden und uns dann noch ein bisschen mit Gegengift eindecken wollen. Deswegen bin ich wieder zurückgegangen. Ähm, jetzt kann Justin auch den Feuerzauber. Das heißt, er könnte rein theoretisch bald die Explosionszauber lernen. So, mal gucken. Können wir gleich mal hier, ähm, unter unseren Techniken gucken. Ah, schaut euch das an. Da unten haben wir jetzt einen Schlag mit dem Schwert und dem Feuer. Und einen Schlag mit Schwert, Erde und Feuer. Und das sind zwei richtig gute Angriffe. Also zumindest der untere, der ist ein ziemlich geiler Angriff. Ähm, und ja, hier haben wir die ganzen Explosionsdinger. Brenne. Dann haben wir da noch einen mit sieben Erde und sechs Feuer. Drei Erde, vier Feuer. Zehn, zehn. Zwanzig, achtzehn. Also es wird, äh, sich ordentlich füllen. Und wie gesagt, man hat ja auch noch die ganzen anderen Zauber. Und die können ja alle sich irgendwie mit einem anderen Element verbinden. So vierer Dinger gibt's aber nicht. Also immer nur zwei zusammen. Also Eis, Blitz, Wald und... Das war's letzte Explosion. Die drei Sachen gibt's halt immer. Ähm, ja, und hier machen wir gleich mal einen Puffy-Wurf wieder. Und du machst einfach gleich den Wehschlag nochmal. So, die nächste Attacke, die Justin lernt, ist ziemlich praktisch. Das ist ja jetzt alles, äh, ziemlich gleich. Das erste war der, der V-Schlag. Und als nächstes bekommen wir aber halt den... Einen weiteren Angriff, der ein bisschen anders ist als eben der V- und der W-Schlag. Die sind ja beide fast dasselbe. Nur der eine ein bisschen stärker und verbraucht ein bisschen mehr. Der nächste Angriff, den Justin lernt, eben mit der Achse und dem Stock. Äh, der ist ein bisschen anders und deswegen auch sehr praktisch. So. Sobald ich das Erde dann auf der höheren Stufe hab, bekomme ich einen Zauber für die Stufe 2 für die Erde. Den werde ich dann auch, äh, immer wieder mal benutzen. Und werde dann Brenner benutzen. Aber jetzt werde ich erstmal nur den Erde-Zauber benutzen, um den erstmal auf Stufe 3 zu kriegen, um dann, äh, die Feuerstufe 1, äh, weiterzumachen. Also jetzt so aufteilungsmäßig. Also ich werde jetzt die Z-P verwenden, um eben den Graben erstmal hochzumachen. Weil dann bekomme ich hier für die Zauberstufe 2 einen Graben, kann damit dann den Boden ein bisschen höher machen und kann dann hier weitermachen mit dem Feuer. Das ist der Plan, so. Jetzt ist allerdings erstmal der Plan, den Viechern hier noch aufs Maul zu geben. B-Slash! So, jetzt sind wir hier nochmal zwei Angriffe ab. Das ist aber auch nicht das Problem. Wir graben uns weiter ein. Und ja, man sollte Zauber wirklich, äh, recht häufig schon verwenden. Ähm, und man hat's wahrscheinlich schon gesehen, als ich die Zauber gekauft habe. Die Wasserzauber sind die Heilzauber. Die sind natürlich auch sehr praktisch und bei denen gibt es sogar einen, an gewissen Stellen, einen Trick, wie man da die Fähigkeit hoch machen kann. Aber dazu später, sobald ich mal sowas machen kann. Denn jetzt momentan geht das noch nicht. So. Und der renne ich einfach mal vorbei. Euch haben wir nämlich alle schon mal besiegt. Na, verdammt. Na, auch noch ein Hinterhalt, ne? Klasse. So. Na. Ich greife am besten einfach erstmal an. Ich glaube, ich komme aber nicht rechtzeitig hin, um den zu verhindern. Ah, gut, doch. Ich habe nur einen Aufhallen. Immerhin. Das ist auch was Gutes. Manchmal kriegt man nämlich nur einen Schlag ab. Statt den Zweien. Weil sie einfach zu schnell angreifen. Man hat so eine gewisse Unverletzlichkeit nach einem Treffer. Was ziemlich hilfreich ist in manchen Situationen. Dass man da zumindest nicht zu viele Karten abkriegt. Aber das ist natürlich auch nicht selbstverständlich. So. So, Verteidigung hoch. Und zu erledigt jetzt das Ding. Oder auch nicht. Doch jetzt. Sehr schön. Es war schon angeschlagen. Insofern hat es sich ausgemacht, dass der erste Pfeil voll daneben ging. So. Wir müssen unten lang. Hier war nämlich jetzt das Mana-Ei. Da links um die Ecke. Und hier nach oben waren wir noch nicht. Genau. Von da rechts sind wir gekommen. Und hier können wir jetzt weiter umgehen. Und Finas Haus. Okay. Haben wir doch sogar schon eigentlich alles erkundet beim letzten Mal. Schön. Dann können wir jetzt gleich zu Hause führen. Fina. Ich hätte gedacht, hier könnte man noch irgendwie mehr machen. Oder was auch immer. So. Hier ist eine unsichtbare Wand. Weil hier ist ja auch nicht wirklich viel mehr. Als eben Finas Haus. Was ist das denn? Hat Fina das gemacht? Ein Zaun. Okay, können wir mit dem nicht reden. Dann gehen wir doch mal in hierher Haus rein. Und schauen mal. Mh, das sah so Finas Haus, hä? Sieht recht solide aus, ob sie das selbst gebaut hat. Cool, diese Mippe sehen so aus, als wären sie von Fina Hand gefertigt. Sie sollte mich hier mal herumführen. So, wir können uns erstmal wieder heilen. Und einen Tipp holen. Schwächendecken. Nutzt man stets dieselben Waffen, so verbessern sich die Fertigkeitenwerte nur für die jeweiligen Waffen. Die Stärke nimmt hierfür zu, aber die anderen Werte verbessern sich nicht. Das kann zu Schwächen führen. Schwache Werte werden durch Verbesserung der Waffenfertigkeit erhöht. Oder man versucht sich ein Sortiment von Vorräten zur Deckung zu halten. Klar? Jo, macht Sinn. Wir müssen ein Name drehen. Oh, sieh nur, Justin. Oh, wie niedlich. Das möchte ich auch haben. So, fass hier nicht alles an. Fina könnte sauer werden. Ähm, das ist ein... Oh, Slip. Fina Slip genommen. Oh, Justin, zu. Kommt ihr zu Besuch? Ich freue mich sehr über den Besuch. Und dann noch so bald. Hä, äh, äh, ich meine, ist nur, nur, Sue? Hi, Fina. Justin, was hast du denn da in deiner Hand? Oh, Justin, was machst du denn? Die gehören mir. Fina Slip genommen. Meine Güte, ich lasse das hier sonst nicht so vollkommen. Nein, ich, äh, das ist doch ganz nett, Fina, wirklich. Was stimmt denn mit euch beiden nicht? Ihr seid ja beide über, äh, rot über alle Ohren. Ich habe ihm gerade etwas gezeigt. Das ist alles. Also dann, hat einer von euch Hunger? Lasst uns was essen. Sue macht hier voll die Untaten. Und Justin ist am Ende wieder schuld. Hm, das war köstlich. Ich hätte ja nicht gedacht, dass du so eine vollendete Köchin bist. Dieser Minzen-Tee ist wirklich gut. Mir scheint, Fina kann alles. Ja, aber Fina, du wohnst hier ganz allein, richtig? Bist du ja nicht manchmal einsam? Oh, ich denke schon. Aber ich, äh, ich wäre aber nie einsam, wenn du auch hier wohnen würdest, Justin. Trotzdem, hm, du hast wohl recht. Ahaha, nur ein Witz, ein Scherzchen. Justin, hast du gedacht, dass ich das ernst gemeint hatte? Nee, ich meine, Teufel, ich dachte, du machst wirklich wahrscheinlich einen Scherz. Hä, deine Antwort hat mir trotzdem gefallen. Nun, jedenfalls, Justin, war da noch was, äh, was du mit mir besprechen wolltest? Also, worüber wolltest du eigentlich mit mir sprechen, Justin? Ähm, gibst du uns die Karte mit? Ich will zum Domruinen. Darf mir deine Karte von der neuen Welt leihen? Bist du nicht der Abenteurer-Liga beigetreten? Daher kriegst du die Abenteurer-Karte zum Beitritt. Der Abenteurer-Liga beitreten? Nie. Dieser Gekke ist kein Abenteurer. Das ist ein schlechter Fremdenführer. Der Präsident, ein plabbernder Idiot. Wie kann, äh, so einer Präsident der Abenteurer-Liga werden? Fina, du bist anders, nicht? Du bist eine echte Abenteurerin. Trotzdem verliere ich gerade. Der Regeln in der Abenteurer-Liga besagen, dass ich die Abenteurer-Karte nicht an Nicht-Mitglieder ausleihen darf. Zudem leihre ich dir die Karte, Justin. So kann ich meine Arbeit nicht fortsetzen. Also, Justin, war das alles, was du fragen wolltest? Bist du mit Parkon verlobt? Das bringt mich darauf, Präsident Parkon sagte was ganz Irres. Er sagte, dass ihr verlobt seid. Nein, wirklich? Verlobt? So ist Parkon zu dir. Soll ich einen Unsinn verbreiten? Egal, was ich sagte, Parkon hörte mir einfach nicht zu. Wie ehrlich? Deshalb bin ich direkt hergekommen. Ich wollte Parkon nicht treffen. Ich wollte dich wirklich, äh, rumführen. Aha, jetzt verstehe ich. Kam mir doch gleich irgendwie komisch vor. Jetzt wird alles klar, was, Justin? Also, Justin, war das alles, was du fragen wolltest? Ähm, ob es mit uns auf Abenteuer geht. Fina, warum kommst du nicht mit auf Abenteuer? Die Legende an Angelo suchen. Du hast von Zuldruinen gesprochen, auf dem Kontinent Messina, richtig? Unglaublich, wenn das mit den Ruinen wirklich funktionieren würde. Das klappt, die funktionieren, Fina. Das Mädchen lehrte, sagte es mir. Wir sollen uns nach Elend wenden. Wirklich? Ist das wahr? Dann gibt es den Geisterstein echt. Ich dachte, Justin hätte geträumt. Aber das ist ja großartig. Das ist eine echte Entdeckung. Allerdings sind sicher einige Geheimnisse von Angelo in den Domruinen versteckt. Komm also, Fina. Danke für die Einladung, Justin. Aber ich fürchte, ich kann nicht. Die Regeln der Abenteuerliga besagen, dass es mir nicht gestattet ist. Aber Fina, wirklich Fina. Du sagst nur Regeln, Regeln, Regeln. Sollte es überhaupt irgendwo Orte geben, wo Abenteurer nicht hin können? Justin verwechselt nicht Profis mit Amateuren. Profis halten sich an Regeln. So ist das für uns Profis. Verstößt ein Abenteurer gegen Regeln, ist dein Pass weg und er ist draußen. Justin, du musst doch verstehen, wie schwer es einem Abenteurer wäre, wenn er nicht mehr auf Abenteuer dürfte. Also muss ich meinen Pass behalten. Und genau das siehst du falsch. Keine Abenteurer ohne Pass. Keine Wahl des Ziels. Ohne Absegung von oben. Was für Abenteurer sind denn das? Keiner bestimmt, wie der Wind weht. Keiner bestimmt, wie der Wind weht. Das bestimmt nur der Wind. Ein echter Abenteurer ist wie der Wind. Warum bist du jetzt so still, Fina? Du bist doch nicht wie diese Nerds in der Abenteurerliga, oder Fina? Nein, aber... Hä, was ist das für eine Musik? Meine teuerste Fina, ich komme zu dir, oh jupjup. Ich hörte eine Stimme, oh jup. Justin, diese Stimme. Warte hier, Justin, ich seh mal raus. Was? Ah! Ja, oder was auch immer das gerade war. Das waren I's oder A's? Äh, kein Name. Justin, das war Fina! Ähm, ja, das war Fina. Ähm, okay, auf geht's. De-de-de-de-de-de-de-de. Hä? Wo ist Fina? Justin, guck dort drüben! Geh nach Hause, Parkon. Ich hab dir doch gesagt, dass du nie wieder hierher kommen sollst. Schon vergessen? Oh, heute ist die Nacht, in der unsere Herzen sich vereinen. Fina, wenn wir erst einmal verheiratet sind, dann können wir gemeinsam als Paar unsere Unterwäsche waschen. Wasch deine Unterwäsche allein, Parkon. Ich hab keine Absicht, dich zu heiraten. Wie oft muss ich sagen? Oh, nur nicht so schüchtern. Ich weiß, dass du ganz verrückt nach mir bist, Fina. Oh, Jupp. Jedenfalls heiratest du mich nicht, dann ziehe ich dir deinen Abenteurerpass ein. So, da. Oh, Jupp. Und wenn ich das mache, dann ist Schluss mit Abenteuern. Oh, Jupp, Jupp. Parkon, Parkon, das sollte nichts damit zu tun haben, ob wir heiraten oder nicht. Parkon, du bist ein Dünnbrettbohrer. Was ist das für ein Wort? Fina, hast du ein übles Inneres? Geht das nicht in deinen Kopf? Was machst du denn hier in Finas Haus? Oh, Jupp. Bist du ihr Freund oder sowas? Was? Ich? Ich bin nur, äh, naja, ich bin ihr Freund, denke ich. Nein, warte mal. Eigentlich ist das mein... Mein Verlobter. Wir werden heiraten. Wie sie alle auf einmal so zur Seite springen. Guckt euch das Gesicht von Parkon an. Ähm, oh, äh, Fina? Seht ihr, wir müssen unsere Geschichten abstimmen. Wenn nicht, dann kriegen wir Parkon nie dazu aufzugehen. Was? Ich liebe ihn, Parkon. Er hat mir vor einem Jahr einen Antrag gemacht. Ich kann dich leider nicht heiraten. Ja, wohl, recht hat sie. Lass deine Pfoten von meinem Mädel. Tut mir leid, dass ich das nie erwähnt habe, Parkon. Sicher findest du jemanden anders, um glücklich zu sein. Zu schade, teuer, Stefina. Dass dieser alberne Junge dich ansprucht. Weißt du was? Ich helfe dir, ojop. Für sowas habe ich meinen Leibwächter dabei, ojop. Meister-Chan, los. Gott, der Kerl. Oh nein. Den gab's ja auch noch. Haut erst mal Justin um. Justin! Voll auf die Ömme. Autsch, Autsch. Hä, was ist denn los? Na prima, Justin, du kommst zu dir. Oh, hat dieser Chunkherr mich verprügelt? Zu, wo ist Fina? Die Kerle haben sie mitgenommen. Sagen, es wird jetzt eine Hochzeit geben. Justin, was tun wir also? Ich hab's zu. Wir werden Fina retten. Damit kommt Parkon nicht durch. Krümelgenau, meine Meinung. Auf geht's. Auf nach Neuparen. Also ein paar Wörter sind echt hier merkwürdig. Dünnbrettbohrer, Krümelgenau. Was? Meine Güte. So. Ja. Justin hat sich ja ordentlich einen aufs Maul geben lassen von dem komischen Kerl. Voll ausgenockt und die Chance genutzt, um Fina zu entführen. Aber nicht mit uns. Wir gehen hinterher. Wäre doch gelacht, wenn wir Fina nicht retten könnten. So. Die Frage ist jetzt, wo Parkons Haus ist. Ich vermute mal, das war irgendwo da rechts, ne? In Anbetracht von Parkons Haus heißt die Stadt finanziell in guter Lage. Aber als ich vorschlug, einen Kanal zu bauen, wollte Parkon kein Geld dafür hergeben. Ja, weil Parkon ein Arsch ist. So, Villa 3. Ist das jetzt... Ne, ich vermute mal nicht, dass es Parkons Haus ist. Da würde nicht einfach nur Villa da stehen. Und wo ist Parkons Haus? Ich vermute mal nicht, dass es einer hiervon ist. Wahrscheinlich einfach hier oben weiter. Ne. Hey, lass uns feiern. Ich liebe... Gut, laute Hochzeiten. Ist dem Anlass genau richtig... Wir müssen auf jeden Fall jetzt hin zu Fina, aber... Wo musste ich da jetzt hin? Ah, wo war es das denn jetzt? Wo war das denn jetzt? Wo war das denn? Parkons Tanz Café. Gehen wir zur Abenteurer Liga. Ja, wahrscheinlich kriegen wir auch da gesagt, wo der Kerl hin ist. Was? Ich habe gehört, dass Mr. Parkon ein Mädchen abends viele heiratet. Ah, wie schade. Eigentlich wollte ich Mr. Parkon heiraten, um die Frau des Präsidenten Abenteurer Liga zu sein. Würde ich einen Esel heiraten. Das so. So, er ist natürlich nicht da. Ähm... Wo war denn dann sein Haus? Ja, sie steht ja auch nicht auf Parkon. Dat ist das Problem. Ähm... Wie komme ich denn dann jetzt zu Parkon? Haus 7? Ah, hier vielleicht. Ah ja. Alles klar. Stehen sie auch schon alle. Kirche von Neuparm. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Wenn wir dann die Kirche hier stürmen, um die Hochzeit zu verhindern. Wir können auf Parkon nicht einfach so Fina heiraten lassen. Also das ist ja echt ganz schön was los im neuen Kontinent. Wir wollten in der Abenteurer Liga beitreten und der Anführer davon ist ein Arsch. Und er will jetzt auch noch Fina zwingend zu heiraten. Also bitte. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann!